Der Angriff der Killer-Y-Lons Die moderne Technik erleichtert dem Menschen das Leben. Es ist schließlich ein Unterschied, ob man bei einem Umzug einen Aufzug zur Verfügung hat oder alles selber die Treppen hochtragen muss. Der Unterschied besteht darin, dass der Aufzug stecken bleibt. Sonntags, wenn der Mann vom Notdienst bei Bier und Bratwurst im Grünen liegt. Die Verbreitung des Computers besteht der Welt eine neue Dimension der Unwürdigkeit, und des unfreiwilligen Humors. Ausgewachsene Menschen brüten vor Geräten, die sie nicht begreifen und die ihnen den Dienst verweigern. Wie mit Atta ausgescheuert stiert ihr Auge, Panik zermürbt ihre Herzen, Hass löscht ihr Hirn aus und verzerrt ihre Züge. Manche sollen aus lauter Verzweiflung vor dem Schirm sogar religiös geworden sein. Ein berühmtes Buch des Verhaltensforschers Konrad Lorenz heißt »Und er redete mit dem Vieh«. Seine elektronisch ausgerüsteten Nachfahren tun nichts anderes, nur dass sie nicht reden, sondern brüllen, flennen, flehen und fluchen. Und das Vieh ist der Computer. So schaffte ich mir irgendwann ein Gerät an. Ich wurde Mitglied im Club für alle. Mit Millionen anderen Stoß seufzte ich »Unheil, dein Name ist Gates«. Ich fiel vor dem Gerät auf die Knie, ich weinte und schrie »Tu es doch, warum tust du es nicht?« Es waren Reisen ins Herz der Finsternis. Als der Computer zwei Tage vor dem Abgabetermin ein ganzes Buch geschluckt hatte, – ebenfalls dachte ich, er hätte es getan – erschlug ich ihn mit der bloßen Faust. Eine wilde, atavistische Freude durchströmte mich. So musste sich ein Steinzeitmann gefühlt haben, nachdem er einen mächtigen Feind getötet hatte. Ich verscharrte den Laptop im Garten, pisste auf sein Grab und trommelte mit den Fäusten gegen meine Brust. Ich hatte es diesem Bill Gates gründlich besorgt. Zwei Wochen später war ich wieder an Bord. Diesmal war die Ausrüstung besser, von einem Kenner ausgesucht, kinderleicht zu bedienen. Ich hatte einfach ein paar Klassen übersprungen und war in der ersten Liga gelandet. Ich schrieb E-Mails und huschte im Internet herum. Hin und wieder fand sich sogar etwas hübsch Durchgeknalltes in dieser unsortierten Bibliothek. Alles war gut und die Technik mein Freund. Dann aber geschieht es. Mitten in einer Mail ist plötzlich alles voller Ypsilons. Der ganze Bildschirm ist übersät mit Ypsilons. Sie breiten sich aus. Sie kommen auf mich zu. In rasender Geschwindigkeit. Lauter Ypsilons. Es sieht aus wie Keilschrift. Y, 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 Y. Dafür ist Gutenberg nicht gestorben. Dutzende, nein, hunderte von Ypsilons. Kein Knopfdruck hilft, kein Klicken, nichts. Ich schalte das Gerät aus. Ah, Dunkelheit. Gut. Ich schalte das Gerät wieder ein. Sie sind wieder da. Und mehr als vorher. Überall Ypsilons. Ist das der Angriff der Killer-Ypsilons? Ob Beten hilft? Beten kann ich vergessen. Der Draht ist lange gekappt. Und jetzt mit lieber Gott und bitte bitte angelaufen zu kommen, wäre dann doch zu peinlich. Heinrich Heine ist ein klasse Dichter. Ennen wie Erber möchte man nicht. Ein Leben lang stolz als Agnostiker gelebt und dann auf dem Totenbett nach dem Pfaffen gebrüllt und um Erlösung und Vergebung der Sünden gebettelt. Ein schlechter Abgang kann das schönste Leben ruinieren. Ohnehin könnte Gott hier nichts ausrichten. Gott hat keinen Schimmer von Technik. Dazu ist Gott viel zu alt. Nein, man muss den Mann anrufen. Der Mann weiß Bescheid. Er blickt durch. Er hat den Plan. Er ist der wahre Gott. Der Gott der Geräte. Er strahlt Ruhe aus. Sicherheit und Güte. Der Mann ist Florence Nightingale, Albert Schweitzer und Mutter Teresa in einer Person nur besser. Der Mann kann Leben retten und, was mehr ist, Daten und Dateien. Er sieht das Malheur. Klemmt die Y-Taste? Fragt er. Auch Gott hat einmal klein angefangen. Er prüft das Gerät mit kundigen Händen. Hast du ein Gefrierfach? Fragt er mich. Ich verstehe nicht. Will er ein Eis? Jetzt? Einfrieren, sagt er. Prozessor überhitzt. Eine halbe Stunde später sind alle Ypsilons tot. Erfroren. Niemals Gefangene machen, sagt der Mann und zündet sich eine Zigarette an. Die wirst du hinterher nicht mehr los. Florence Nightingale, Albert Schweitzer und Mutter Teresa sind wieder mal ziemlich hart drauf. Erfroren, Albert Schweitzer, Teuerer, Morgenabtschätten. Vielen Dank.